Heute geht es um das Einbinden von variablen Schriften, eines der wohl wichtigsten Features, die es in letzter Zeit im Zusammenhang mit Webfonts gab. Also los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es mal wieder um CSS und spezifischer um das Einbinden von Schriften mithilfe von CSS, also Fontface. Und hier geht es um die sogenannten variablen Schriften bzw. Variable Fonts. Das Ganze ist richtig, richtig praktisch und ihr könnt damit in manchen Fällen eure Website-Loading-Time, also einfach die Größe, die ihr übertragen müsst, die Anzahl der HTTP-Requests deutlich reduzieren und wie das Ganze funktioniert, gucken wir uns in diesem Video an. Wenn ihr Fragen oder Probleme habt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr wie immer einen Link zu Discord. Dort könnt ihr der Community join, Fragen stellen, Fragen beantworten, euch im Gleichgesinnten austauschen und ansonsten sehen wir uns jetzt mal an, wie man das Ganze nutzt. Viel Spaß, auf geht's! So, bevor wir mit dem eigentlich coolen Part unseres Videos starten können, müssen wir erstmal verstehen, warum Schriften ein Problem sind und wie wir dieses lösen können. Als erstes ist es nämlich ganz normal, jeder von euch hat schon mal Schriften eingebunden, zum Beispiel hier einfach die Font-Family Roboto-Regular. Sieht ganz typisch aus, ist nichts Spezielles dran, sie ist nicht bold, also hat keine Font-Wiz und hat auch keinen Italic-Style, sondern ganz normal, regular-Style und fertig. Wenn wir jetzt natürlich auf einer Website nicht nur eine einzige Schrift haben wollen, sondern wir wollen vielleicht auch noch Schrift, die fett ist, dann binden wir auch noch Roboto-Bold ein. Damit haben wir schon mal fette Schrift für eine Headline oder sowas. Und natürlich ist unser Grafiker ein bisschen überambitioniert und fügt auch noch einen Italic-Style hinzu. Das heißt, wir haben auch eine Überschrift, die Italic hat. Damit nutzen wir auf unserer Website jetzt drei Schriften, was bedeutet, dass wir alle drei Schriften einbinden müssen. Das bringt bei unserer Regular 164 KB mit sich, das bringt bei der Bold nochmal 164 KB mit sich und das bringt bei der Bold Italic nochmal 164 KB mit sich. Diese Größen kommen aus Google Fonts, sind unkomprimiert und TTF-Files. Natürlich gibt es hier bessere Optimierungen für Files, aber diese Optimierungen lassen sich genauso auch von Wearable Fonts, also variable Schriften quasi anwenden, daher habe ich die hier rausgenommen. Wir müssen hier in diesem Fall drei Schriften im Web einbinden, damit wir alle drei Schriftfamilien bzw. Schriftschnitte nutzen können. Aber wo genau geht jetzt der Vorteil von variablen Schriften? Prinzipiell, wir können jetzt eine Schrift einbinden, die ist ein bisschen größer in der Regel, also etwa 310 KB, zumindest sind das die meisten Google-variablen Schriften, aber auch hier gibt es Variationen. Es gibt variable Schriften, die gehen eher in die Richtung 100 KB, ich habe auch schon welche gesehen, die sehr in die Richtung von 600-700 KB gehen, die dann ganz viele Special Features mit sich bringen. Also auch hier die Größe ist relativ, aber wir müssen uns nur noch eine Schriftfamilie merken, die wir einbinden müssen und nicht irgendwie zehn verschiedene Schriftschnitte bei einem großen Projekt durch die Gegend schleifen. Das bringt uns zum nächsten Punkt, wir können jetzt eine Schriftfamilie verwenden und können mit einem neuen Feature quasi die Dicke manipulieren oder auch mit so einer Art Regler die Schrift einstellen. Das heißt, wir können sagen, wir wollen ein bisschen dicker werden oder wir wollen noch dicker werden, bis wir den gewünschten Stil erreicht haben. Diese sogenannten Achsen, davon gibt es einige, das gucken wir uns gleich bei Mozilla noch ein bisschen genauer an, bieten uns die Möglichkeit, unsere Schrift dynamisch anzupassen, ohne dass wir zusätzliche Schriftschnitte mitschleifen müssen. Das ist extrem praktisch, macht eure Arbeit deutlich leichter, kann gegebenenfalls eure Ladezeit an der Website deutlich vereinfachen, weil ihr nur noch eine Schrift ladet, statt zehn HTTP-Requests beispielsweise und auch die Größe könnte deutlich reduziert werden, aber hier muss man immer die jeweilige Schrift und auch die Komprimierungsart betrachten, weil hier ist ein bisschen Unterschied. Wenn ihr wirklich nur eine Schrift nutzt in einer Schrift Dicke, dann ist diese eine Schrift einzubinden wahrscheinlich die bessere Alternative, statt eine variable Schrift zu benutzen. Aber jetzt gucken wir uns mal an, ob wir das überhaupt nutzen können und wie man das Ganze überhaupt nutzt. So, als erstes gucken wir uns mal an, wie kam ich denn wieder auf das Ding und zwar kam am 10. Februar dieses Jahres ein neuer Entwurfsvorschlag quasi für das CSS-Fontmodul raus, wo noch mal einige Anpassungen gemacht wurden. Der Link da ist unten in der Videobeschreibung. Hier findet ihr beispielsweise einige lustige Ideen, die hier diskutiert werden, wie das Font oder variable Fontmodul verändert werden könnte und hier unten sieht man auch, dass es halt nicht neu ist, sondern schon 2020 ein bisschen diskutiert wurde und hier wurden jetzt zum Beispiel Scary Wording about variable fonts being new and experimental entfernt aus dem aktuellen Entwurfsvorschlag, aber es ist halt noch kein Standard und das bringt uns zum nächsten Punkt, nämlich zu Can I Use? So, und das bringt uns wieder einmal zu Can I Use? Der Link dazu natürlich unten in der Videobeschreibung und ihr seht hier oben schon jede Menge grün. Auch hier unten, die ganzen üblichen Kandidaten sind grün, nur natürlich auch die üblichen Kandidaten Internet Explorer natürlich ist rot. Wen wundert's? Ehrlich. Ansonsten, ja, das Wichtige ist hier oben, es handelt sich um ein Working Draft, also es ist noch ein Entwurfsvorschlag, es wird noch daran gearbeitet, es kann sich noch verändern, das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man mit diesem Feature arbeitet, aber ihr seht, es wird ziemlich großflächig unterstützt und es gibt sehr gute Fallback-Lösungen. Eine davon ist auch bei Mozilla hinterlegt, was heißt, man kann es relativ ohne Bedenken nutzen und es ist auch kein so neues Feature mehr, auch wenn noch sehr, sehr viel daran gearbeitet wird. So, ich hatte ja zu Beginn schon davon gesprochen, dass es sogenannte Variationsachsen gibt, also dass man die Schrift mithilfe von bestimmten Achsen manipulieren kann. Hier gibt es zwei verschiedene, nämlich einmal Registat und Custom. Die Registat sind beispielsweise Italic, das ist sowas wie die Weite, aber auch einige andere, wie zum Beispiel die Optical Axis und einige Schrift-Typographie-spezifische Punkte kann man damit beeinflussen. Die wichtigsten sind eigentlich Italic und Wizz. Prinzipiell gibt es aber die Möglichkeit, auch eine unendliche Anzahl von Custom-Einstellungsmethoden an eine Schriftfamilie dran zu hängen, was einem Schriftersteller ermöglicht, wirklich witzigen Stuff zu machen. Aber ich möchte hier kurz noch erwähnen, auf dieser Seite von Mozilla findet ihr hier ganz unten noch ein kleines How-To, wie man das Ganze quasi auch für ältere Browser nutzbar macht, quasi als Fallback. Das Ganze ist nicht wirklich schwer, sollte aber der Vollständigkeit halber auch Platz in diesem Video finden, ist, wie ihr seht, aber nicht wirklich umfangreich, deswegen beende ich das hier mal und wir gucken uns jetzt mal eine Seite an, von der ich ein Riesen-Fan bin. Und zwar geht es um diese Seite hier. Axis Braxis hinterlasst ihr auf jeden Fall mal ein Like, ist unter der Videobeschreibung verlinkt, weil an dieser Seite steckt eine Menge Arbeit und ich bin ein großer Fan. Ich habe, glaube ich, eine Stunde damit verbracht, hier rumzuspielen. Grundsätzlich haben wir hier nämlich die Möglichkeit, zum Beispiel eine Schrift auszuwählen, also wir sind jetzt in diesem Textblock und haben hier unsere beiden Standardachsen, zum Beispiel hier Gewicht, also die Dicke quasi und die Optical Size. Wir können hier die Optical Size zum Beispiel, das ist, wie groß die einzelnen Buchstaben zueinander sind, können wir damit manipulieren und hier haben wir die Möglichkeit, die Dicke quasi der Schrift zu manipulieren mit so einem kleinen Regler. Natürlich, wie gerade gesagt, gibt es aber die Möglichkeit, unendlich viele Custom-Achsen hinzuzufügen. Und wenn man sich hier mal so eine Schnörkel-Font anguckt, sehen wir, da hatte ein Schriftersteller eine ganze Menge Spaß. Und zwar haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel hier irgendwie noch Blätter rauswachsen zu lassen. Wir haben hier die Möglichkeit, die Dicke anzupassen. Wir haben hier die Möglichkeit, die Spitzen zu manipulieren. Also Größen, die nicht wirklich da sind. Und das Ganze ist animierbar. Also wir könnten das Ganze auch zum großen Teil, nicht alles zum großen Teil animieren. Zum Beispiel hier haben wir auch irgendein Pferd, wo ich die Zeitachse manipulieren kann. Und damit theoretisch, wenn ich das ganz schnell bewege, wahrscheinlich unendlich ein Pferd reiten lassen kann. Ihr seht schon, man kann eine ganze Menge Spaß damit haben. Ob das hier unten wirklich sinnvoll ist, wage ich zu bezweifeln. Aber das Ganze hat wirklich sinnvolle Verwendungszwecke. Und das bringt uns zu Google-Fonts und dann zum technischen Use-Case, das natürlich für ein vollständiges Video unbedingt noch beachtet werden muss. Die meisten von euch werden diese Seite kennen und sicher schon mal genutzt haben, nämlich Google-Fonts, eine der Quellen für Web-Fonts. Und hier habe ich so jetzt mal eine ganz klassische Railway-Font ausgewählt. Und wenn wir hier runter scrollen, sehen wir hier normalerweise diese ganzen einzelnen Schriftfamilien, von denen ich ja zu Beginn schon gesprochen habe. Ich kann hier hingehen und dann die auswählen und kann die dann hier runterladen und so weiter. Das funktioniert wunderbar, wie man es kennt. Bei vielen der Google-Fonts, nicht bei allen, aber bei vielen, vor allem den großen, findet ihr allerdings hier unten mittlerweile einen weiteren Bereich. Und zwar die Variablen Achsen. Zum Beispiel haben wir von unserer Railway Italic und Weight. Was heißt, ich kann hier, wenn ich die Achse verändere, ja sagen, das Ganze ist Italic oder nicht und ich kann hier die Dicke verändern. In dem Moment, wenn ich die hier auswähle und mir das angucke, sehen wir, dass wir hier eine Weight 414 Italic-Font runterladen und dass wir hier auch die beiden Achsen, nämlich einmal ITLA für Italic und WGHT für die Dicke der Schrift, ja Möglichkeit haben, diese zu verändern. Was heißt, wenn ihr die jetzt einfach runterladet und die Datei wirklich benutzt, dann können wir damit arbeiten und dazu öffne ich jetzt mal Visual Studio und dann gehen wir das Ganze wirklich technisch mal an. So und los geht's mit unserem eigentlichen Tutorial. Ihr seht hier wieder meine Standard-Entwicklungsumgebung, die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, besteht aus Visual Studio Code auf der einen und Chrome auf der anderen Seite. Ich habe auch schon ein bisschen was vorbereitet und zwar sehen wir hier einfach vier P-Tags mit jeweils einer Klasse, Light, Regular, Bold und Black und das Ganze erzeugt hier diesen Text. Wir laden aktuell noch keine Schrift runter, das seht ihr hier in Chrome unter dem Netzwerk-Tab und dann hier habe ich den Reiter Fonts angeklickt, sodass wir nur die Downloaded Fonts sehen, aktuell noch keine. Unsere Main-Punkt-SAS-Datei ist noch sehr leer, da müssen wir jetzt natürlich als erstes ein bisschen was machen. Und zwar wollen wir die Schrift von Dragular nutzen, diese habe ich von Google Fonts importiert und die liegt hier unter dem Assets-Ordner, einmal in dem Ordner Static, da liegen die normalen Standardschriften und dann in dem Ordner Variable, da liegt unsere Variable-Schrift. Das dazu, woher diese Schrift kommt, wie gesagt, ist Railway, funktioniert mit jeder Variable in Schrift von Google Fonts eigentlich relativ gleich. Das nächste ist, okay, wir haben unseren P-Tag und dieser P-Tag bekommt natürlich eine Font-Family, in unserem Fall Font. In dem Moment passiert hier nämlich das, und zwar Chrome kennt diese Schrift nicht. Man weiß nicht, woher diese Schrift kommt, sie ist nicht hier. Ich habe keine Möglichkeit, diese Schrift runterzuladen, ich habe sie bei mir lokal auf dem PC geschmissen und der Standardweg hierfür ist zu sagen, okay, wenn wir die Schrift nicht, oder wenn der Nutzer die Schrift nicht hat, dann laden wir uns die jetzt einfach runter. Dazu sagen wir, okay, wir wollen eine Font-Family laden, in unserem Fall die Font-Family Railway und dann sagen wir SRC, also woher quasi die Schrift runtergeladen werden soll. In unserem Fall von unserem lokalen Verzeichnis. Wir laden jetzt hier einfach mal die Regular, beziehungsweise die Black runter. Und das bedeutet, wir müssen auch die Weite, beziehungsweise die Dicke der Schrift einstellen, nämlich 900. Das entspricht Black. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere, wird alles Black, beziehungsweise der gesamte Text wird Bold, weil ich ja quasi gesagt habe, dass diese Schriftfamilie angesprochen werden soll. Das ist die einzige Schriftfamilie, die aktuell oder der einzige Schrift Schnitt, der der Webseite oder dem Browser aktuell zur Verfügung steht, weil diese runtergeladen wird. Daher wird der gesamte Text Bold gemacht. Selbst wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Klasse Light ansprechen möchte und hier sage Font-Wade 300, macht das keinen Unterschied, weil er die dünne Schrift nicht kennt. Das bedeutet, dass wir wie bei allen quasi unsere Schrift mehrfach runterladen müssen. Also wir haben nicht nur eine Schrift, sondern wir haben insgesamt vier. Also brauchen wir viermal Font-Face, einmal mit der Black, dann mit der Bold, mit der Regular und der Light und jeweils weisen wir eine andere Schriftdicke zu. Hier 300, hier 500, hier 700 und hier oben 900. Das Ganze speichere ich jetzt ab und in dem Moment wird das hier oben Light. Das hier unten ist aber nicht mehr Black, weil wir quasi per Default Regular verwenden. Also ist das hier das, was Default angesprochen wird und wir können jetzt aber hingehen und unsere Klassen, die wir hier vergeben haben, zum Beispiel Bold ansprechen. Also kopieren wir uns das doch mal. Zack, einmal, zweimal, dreimal und sagen hier, das ist jetzt Black und hier wollen wir die Schrift 900 verwenden. Hier haben wir Bold, das ist die Zahl 700 und hier 500 für Regular. Das Ganze speichern wir jetzt ab und in dem Moment sehen wir, haben wir hier vier verschiedene Schriften, die geladen wurden und wir sehen hier unten auch, alle vier Schriften wurden runtergeladen, was jetzt für uns heißt, wir haben vier Requests an unseren Server, dass er uns vier Schriften aushändigt. Jede dieser Schriften ist 163 KB groß aktuell, natürlich unkomprimiert, hier mit einer komprimierten Version, zum Beispiel WUFF oder so zu arbeiten, macht natürlich deutlich mehr Sinn, aber auch dann wären es vier Requests und natürlich eine gewisse Anzahl an KBs abhängig der Schrift und der Größe der Datei oder des Formates. Das funktioniert wunderbar, so haben wir in der Vergangenheit mit Schriften gearbeitet. Das ist natürlich nicht die Art, wie wir weiterhin arbeiten wollen. Und zwar löschen wir uns jetzt diese Font-Imports raus, weil die sind nervig. Die wollen wir nicht, weil es gibt eine viel einfache Möglichkeit und zwar haben wir einen Import, wir sagen wieder Font-Face-Import, sagen auch hier, wir haben einen SRC, also irgendwo einen Source-Pass, wo wir hinwollen. Und dann sprechen wir in unserem Ordner Variablen, die Schrift railway-variable-font-wght an, also wir haben mit dieser Font die Möglichkeit, wght zu beeinflussen, speichern das Ganze ab und in dem Moment sehen wir, dass zwar die Schrift geladen wird, aber die Dicke nicht so richtig definiert wird. Und zwar haben wir unten ein neues Attribut, nämlich Font-Minus und dann Variation-Minus und dann Settings. Das Ganze können wir jetzt beeinflussen und zwar wollen wir jetzt, wie hier oben, die Achse wght anzusprechen und sagen hier 900. Das speichern wir ab und in dem Moment wird Black fett, wie es gerade eben auch war. Die Schrift hat sich nicht wirklich verändert und wir ersetzen jetzt einfach die bestehenden Sachen durch zum Beispiel 300, 500 und 700, speichern das Ganze ab und in dem Moment haben wir dasselbe Schriftbild. Der Unterschied ist aber, ihr seht, hier unten wird nur eine Schrift geladen, also nur ein HTTP-Request an den Server und die Größe sind 310 KB, also auch etwa nur halb so viele Ressourcen, die übertragen werden müssen. Das Problem hier ist natürlich, das lässt sich nicht immer auf die Größe reduzieren. Es gibt Schriften, vor allem auch Variable-Schriften, die weit über 300 MB groß sein können und wenn ihr zum Beispiel nur Roboto Regular auf eurer Seite verwendet, dann macht es keinen Sinn, eine Variable-Schrift zu verwenden, weil die in der Regel größer sind als ein einzelner Schriftschnitt. Aber das muss man ein bisschen abwägen. Ihr könnt hier einfach mal aufsummieren, wie viele Schriften ladet ihr gerade? Ist die Variable-Schrift-Version davon eventuell kleiner? Dann solltet ihr vielleicht umdenken und die Variable-Schrift importieren. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich bei meinem bestehenden Konzept bleiben, weil die Größe des Initial Load ist eigentlich das Entscheidendste, was es gibt. Aber ihr habt gesehen, wie leicht es anzuwenden ist und der große Vorteil, einen Schrift-Import zu setzen, ist deutlich einfacher und dann die Schrift einfach nur noch über diesen Font-Variation-Tag zu beeinflussen, ist deutlich angenehmer als Entwicklung. So, das war's für diese Woche. Wäre euch das Video gefallen, dann hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder so was habt, findet ihr unten in der Videobeschreibung jede Menge Social-Media-Links, wo ihr mich erreichen könnt, aber auch den Channel supporten könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, viel Spaß und ciao.